Schönen guten Abend noch einmal zur Wahlanalyse, diesmal mit Standardkolumnist Hans Rauscher. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Rauscher, das Rennen um Platz 2 hat bisher die SPÖ für sich entschieden. Sie ist jetzt auf Platz 2 gelandet mit rund 27 Prozent. Von welcher Koalitionsbildung gehen Sie denn aus? Also man kann nicht außer Acht lassen, dass der Wahlsieger Kurz möglicherweise versucht, eine Koalition mit der SPÖ, mit den Sozialdemokraten zu machen, weil das für ihn einfach bequemer wäre. Ich glaube aber, dass letzten Endes eine schwarz-blaue Koalition herauskommen wird, die auch sozusagen dem Rechtsruck, der durch dieses Land gegangen ist, entspricht. Wie hat sich denn Christian Kern geschlagen? Christian Kern hat eine Chance verdahnt, das muss man sehr klar sagen. Er ist angetreten als Erlösung nach der etwas drögen Phase Feimann. Er hat diese Chance kurz ergriffen, ganz am Anfang und dann hat er sie wieder aus der Hand fallen lassen. Möglicherweise hat das tiefere Ursachen, die Vorherrschaft der Sozialdemokratie in Österreich, die ja sehr lang ist, ist jetzt einmal zu Ende. Aber er hat jedenfalls die Chance nicht nutzen können. Es hat ihm ganz sicher an politischem Zupacken gefehlt, aber möglicherweise auch an Management können. Er trägt ganz bestimmt einen relativ großen Anteil an diesem Ergebnis. Kommen wir nochmal zurück zu Schwarz-Blau, einer Koalition, einer möglichen, von der Sie am ehesten ausgehen. Was bedeutet denn das für das Land und überrascht Sie das? Also überraschen tut mich das nicht, weil zwei rechtspopulistische Parteien, die ÖVP und der Kurz ist zu einer rechtspopulistischen Partei geworden. Kurz hat sich fast ausschließlich auf das Ausländerthema gesetzt, hat es zum Teil der Freiheitlichen Partei weggenommen. Die Freiheitliche Partei war von jeher rechtspopulistisch. Also dass zwei rechtspopulistische Parteien sich da zusammentun, liegt in einer gewissen Logik. Es gibt aber auch eine gewisse Ironie. Wenn wir jetzt möglicherweise eine schwarz-blaue Koalition Römisch 2 bekommen, dann vielleicht ungefähr gleichzeitig, wo nach langen, langen Jahren der Finanzminister der schwarz-blauen Koalition Römisch 1, Karl-Heinz Grasser, wegen Korruption vor Gericht gestellt wird, gemeinsam mit einem ganzen Schüppel anderer Angeklagten aus dieser Periode. Also das heißt, ich erwarte einerseits einen Zug hin zum wirtschaftspolitisch-liberalen, liberaleren, andererseits eine Verhärtung beim Gesellschaftspolitischen. Da ist noch nicht alles ganz klar zu sehen, aber wie gesagt, sowohl Kurz als auch die FPÖ haben ein bisschen andere, vielleicht sogar autoritäre Vorstellungen. Und dann wird man sehen, wie die FPÖ, die schon einmal bewiesen hat, dass sie es nicht kann, an der Regierung damit umgeht. Herr Rauscher ist langjähriger Journalist und Kommentator. Haben Sie die schwarz-blaue Koalition ab 2000 kritisch beobachtet? Wie viele Parallelen sehen Sie denn zu heute? Also eines ist der große Unterschied. Kurz hat wirklich einen überzeugenden Wahlsieg eingefahren. Die schwarz-blaue Koalition damals ist ja entstanden, dass Wolfgang Schüssel aus der Position des Dritten heraus, allerdings nur, das waren nur 400 Stimmen ungefähr, aber immerhin Herr war Dritter aus der Position des Dritten heraus, sozusagen einen Coup gelandet hat mit Jörg Haider, die sie Koalition gemacht hat. Sebastian Kurz, das nimmt ihm niemand, hat einen ganz eigenen, ganz echten, überzeugenden Sieg errungen. Er ist die Nummer eins. Das ist einmal der große Unterschied. Das andere ist, damals war das Ausländerthema nicht so virulent, wie es heute ist, und zwar sowohl das Thema der Migranten, die schon lange bei uns sind, und zum Teil schon in dritter Generation, wie auch der neu hinzugekommenen Flüchtlinge. Das ist heute das Thema Nummer eins, das sich übrigens meiner Meinung nach die Wahl entschieden hat. Das wird, da wird sehr viel mehr passieren als seinerzeit. Das Zweite ist, es wird gewisse wirtschaftspolitische Maßnahmen geben. Es wird keine Vermögensteuer, keine Erbschaftssteuer, es wird Steuersenkungen für den Mittelstand ungefähr geben. Das wird aber so ähnlich sein wie in der ersten Periode. Sehen Sie auch Parallelen bei der gesellschaftlichen Stimmung im Land im Vergleich zu damals? Es war damals eine Wendestimmung. Die Stimmung in der Bevölkerung war damals, so geht es einfach nicht weiter. Die beiden, Rot und Schwarz, blockieren sich gegenseitig. Es geschieht einfach nichts. Das ist heute ganz ähnlich, oder war heute ganz ähnlich. Und das ist auch, diese Wendestimmung hat auch Sebastian Kurz hervorragend ergriffen, begriffen und ergriffen. Was, ich habe schon einmal gesagt, heute schwerer wiegt, ist die gesellschaftliche Stimmung, was die sogenannten Ausländer betrifft. Also wenn man sich, wenn man die Stimmung der Leute aufgenommen hat, dann ist das Thema, ich sehe nur mehr Kopftücher bei zehnjährigen jungen Mädeln in Wien, die Schulen produzieren nur Analphabeten, also alles übertrieben. Diese Zuspitzung hat es damals nicht gegeben. Und das ist auch das Thema, das heute eine allfällige schwarz-blaue Regierung lösen muss. Allerdings muss man sehr gespannt sein, ob da nicht demokratiepolitische Probleme entstehen. Gerade das Thema Islam war Thema bei der ÖVP als auch bei der FPÖ recht groß. Wie ist es denn jetzt, die FPÖ kommt aus der Opposition, wäre sie denn überhaupt regierungsfit? Es hat sich, mein Rückblick reicht ja noch länger zurück. Es gab ja eine Koalition der Freiheitlichen in den 80er Jahren mit der Sozialdemokratie damals. Da waren sie auch nicht regierungsfit. Sie haben einfach nicht eine genügend qualifizierte Mannschaft. Ich würde sagen, dann bei der zweiten Koalition mit dem schwarz-blauen hat es ganz Ähnliches gegeben. Die Ministerfiguren, die damals aufgetreten sind, das waren zum Teil ein Witz, zum Teil eben korrupt. Heute sehe ich geringe Verbesserung, aber man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Ich glaube nur, dass Kurz mit der FPÖ ein sehr großes Problem in Europa haben wird. Denn die FPÖ ist im Grunde eine europafeindliche Partei und nebenbei bemerkt eine russlandfreundliche Partei. Und Putin ist ein ausgesprochener EU-Feind. Also da könnte es Reibungspunkte und Schwierigkeiten geben, wo Kurz, zwar es wird keine Sanktionen aus Europa gegen eine solche Koalition mehr geben, aber Kurz wird es schwer haben, diese Leute zu erklären und mit ihnen eine ordentliche Europapolitik zu machen. Die FPÖ ist mit Herrschaften wie Marine Le Pen und Gerd Wilders, also mit den europäischen Rechtsextremen, sitzt sie gemeinsam im Europäischen Parlament. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, gehen Sie eher nicht davon aus, dass eine schwarz-blaue Zusammenarbeit die nächsten fünf Jahre überdauern könnte? Ich halte es für sehr leicht möglich, dass auch die inneren Spannungen der FPÖ, die FPÖ ist eine Protestpartei. Und wenn sie an die Regierung gelangt, ob das jetzt in Kärnten ist, wo sie einen riesigen Bankenskandal angerichtet hat, oder im Bund, wo eben heute noch die Korruption aufgearbeitet werden muss, ich halte es also für möglich, dass sie einfach von der Aufgabe überfordert ist. Strache hat seit seines Lebens nicht ein einziges Regierungsamt innegehabt. Allerdings, wenn man ihn zum Innenminister machen sollte, dann müssen sich liberale Menschen und Organisationen in diesem Land eher fürchten, würde ich sagen. Eine letzte Frage habe ich noch, und zwar gilt Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel als wichtiger Berater von Sebastian Kurz. Haben Sie den Eindruck, dass er sich einiges, also Kurz, sich einiges von Schüssel abschauen wird? Ich glaube, dass Kurz auf den Rat von gescheiten und politisch erfahrenen Leuten von allen Seiten hört. Natürlich von Schüssel in einem hohen Maße, denn Schüssel hat ja immerhin die Kanzlerschaft errungen seinerzeit. Ich halte aber das Selbstbewusstsein von Sebastian Kurz für so hoch, dass er ganz sicher nicht als eine Marionette oder übermäßig beeinflusst sein wird von Wolfgang Schüssel. Also sein Selbstbewusstsein und auch sein Machtbewusstsein, kein Politiker kann ohne Machtbewusstsein erfolgreich sein, ist groß genug. Er braucht keine Einflüsterer. Herr Rauscher, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Wir tickern in der Zwischenzeit eifrig weiter, nämlich bis circa 23 Uhr heute und ich melde mich nochmal live gegen 21 Uhr dann mit Chefredakteur Rainer Schüler. Bis dahin einen spannenden Abend weiterhin und auf Wiedersehen.